Hey Internet und YouTube, zurück bei meinem Schweinestall, äh ne, ich meine, Kuhschafstall. Wir machen folgendes, ich brauche eine zweite Kuh, bevor ich mich in die Schlacht begebe. Und zwar laut der Plan folgendes, die Sonne geht unter, gute Nacht. Ich hab keine Angst, ich weiß nicht warum wir immer... Ja, es ist, für mich ist es jetzt Nacht. Jetzt ist es für mich Nacht. Okay, das Spiel und ich haben unterschiedliche Ansichten, finde ich okay. Hey, wir können nicht alle auf dem gemeinsamen, gleichen Nenner sein, das ist absolut in Ordnung. Wie geht's euch, YouTube? Gut, mir geht's auch wieder besser. Danke danach, niemand hat... Gut. Ein paar haben gefragt. Ein paar sind bessere Menschen. Wie du machst, ich war einkaufen. Zum Henker. Hast du das auch? Zweite Kasse bitte. Nee, nee, nee. Könnt ihr bitte eine zweite Kasse aufmachen? Nee, nee, nee. Weil ich sie hasse. Nichts verdirbt mir den Tag so sehr wie... Die ganze... Ich stehe hier den ganzen Tag. Was für wichtige Dinge hast du zu erledigen? Ich meine... Gut, wir wären alle gerne einzigartige Schneeflöckchen. Das sind wir aber nicht. Also welche verdammten Termine sollst du schon haben? Hm? Habe ich überhaupt einen Wegpunkt gesetzt? Der... Liebesnest... Liebesnest bekommt natürlich... Ja, wie kenne ich mich rückgebirge aus? Grün. Okay, sicher ist sicher. Nun... Essen. Nein, vorher ablegen, was wir nicht brauchen. Wenn die Gäste... Zu kotzen. Ich hole Verstärkung. Ich weiß, alleine ist es schwer, Liebe zu machen. Ich meine, nicht so schwer. Wenn ihr versteht. Sie verstehen ganz genau. Aber welche Termine sollst du schon haben bei deiner verdammten Kasse, dass du halt ein bisschen anstellen musst? Um mir den Tag zu versauen. Ich arbeite den ganzen Tag und jetzt muss ich ja... Und die arbeiten jetzt gerade auch, oder nicht? Ich meine, ist ja nicht so... Was musst du machen? Was musst du machen? Nur wenn ich nach Hause komme, dann verpasse ich den neuen Tatort. Bitte, hallo, heute ist die Auswahl zu dir am Arsch, der ist. Welche Termine? Gut, was anderes wäre es, wenn du vielleicht Arzt wirst. Allerdings, was... Warum soll dir ein Arzt was einkaufen? Zweite Kasse, bitte. Ich habe eine Herzoperation in 20 Minuten. Ich glaube, dann ist er einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Was ich aber verstehen würde unter... Wichtig. Dafür, dass sie unterbesetzt sind, haben wir jetzt zwei Patienten. Wir hätten das Leben verloren. Wie soll ich das denen erklären? Ich wollte unbedingt noch... Psst. Die Müllermilch-Schokobanane kaufen. Ha. Wichtige Termine. Hör auf zum Mann. Was willst du schon verpassen in deinem Leben, hm? Einen YouTube-Upload von mir? Okay, gut. Das ist natürlich jetzt ein Punkt. Darüber könnten wir diskutieren. Nein. Was wollte ich loswerden? Gut. Interessiert niemanden? Gut. Ich habe es trotzdem gesagt. Was könnt ihr jetzt dagegen tun? Gar nichts. Ihr könnt es nie mehr aus eurem Gedächtnis streichen, jetzt, wo ihr das Video gesehen habt. Hm. Gibt euch niemanden mehr zurück. Ausgetrickst. Oh, los. Zwei. Das bedeutet, du musst sterben. Tut mir leid. Selber schuld. Für die Fortpflanzung. Sind ja noch mehr von dir? Ich hätte mir einen Ofen machen. Oh, ihr seid genügend. Oh mein Gott. Jetzt wird erstmal die Grillparty hier angeschmissen. Grillsaison ist eröffnet. Dankeschön. Oh ja, vor euren Freunden. Wie mache ich das jetzt? Ich habe nicht die geringste Idee. Ich habe es doch schon 10.000 Mal gemacht. Wartet. Eichenholzbretter. Wupp, wupp, wupp. Werkbank. Pflasterstein. Wupp, 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 wupp. Seht ihr? Seht ihr, wie das die Profis machen? Das ist das hier weggeschmissen, aber das zählt jetzt nicht. Oh no, ich habe da einen Kopf eingemauert. Das tut mir leid, aber du kannst gleich drinbleiben. Ich hau nur die Kohle rein. Dann gibt es Schweinekopf. Als erstes mache ich das. Habe ich wieder was weggeschmissen? Genau, halt ein schön warm hier, oder? Gib mir gleich die Steaks, okay? Gib mir gleich die Steaks. Okay, eigentlich wollte ich eine Muku. Wisst ihr, wie viel es braucht, um sich zu vermehren? Zwei! Okay. Es tut mir leid. Für diesen Mördertrieb gerade. Aber ich muss was essen. Ich habe mich auch umgedreht, damit ihr nicht seht, wie ich eure Familie verspeise. So, das kann ja mal hier bleiben, oder? Nee, wartet. Noch zwei, sexy, sexy, eins noch. Perfekt. Perfekt. Komm wieder in meinen... Ich weiß nicht, wohin. In meine Hosentasche. Wo auch immer ich das hinstecke. So, mein Schwert ist gleich vorbei. Gott. Wusste ich. Ich brauche eine Kuh. Denn euch kann ich nur mit Karotten wie man mir... Ja, das war sehr schlau. Okay. Natürlich nur mit Karotten. Das ist gut für die Augen. Die Schweine sollen auch was sehen in ihren 2,2 Quadratmetern Käfig. Ihr braucht nichts sehen, außer das helle Licht am Ende des Tunnels, wenn ich euch schlachte. Okay. Ist nicht witzig? Über Tiere macht... Also, okay. Ich verstehe. Alles hat seine... Natürlich hat alles seine Grenzen. So viele Schweine und keine Kuh. Das kotzt mich an. Dabei brauche ich nur noch eine, um glücklich zu sein. Eine, um die Weltherrschaft... ... ... ... ... ... ... Die Heiligung in der Hand. Halle ich keine Schaufel? Nein! Oh Jesus Christ. Du lebst noch. Hier habe ich den Überblick. Nicht, sondern hier. Perfekt. Ein Aussichtsturmpunkt. Okay. Irgendeine Kuh? Hier ist gar nichts. Hier ist absolut gar nichts. Na, vielleicht reicht das Fleisch hier mal, oder? Für die erste Erkundung. Wow, 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 wow. Fall mir nicht runter, du. Hallo, hallo, mein Freund. Moment. Wenn du schon hier bist. Dann will ich doch gleich ein Bling-Bling. Ein Bling-Bling. What? Gut, ich wollte es ohnehin nicht. Die andere Kohle war mir viel, viel lieber als die eine Kohle jetzt. Na, und gehe ich halt nach dem Aussehen. Ich erkenne das. Sie war nicht so schön wie die andere Kohle. Man sagt mir, ich kann Pilze essen. Wie? Wenn ich eine Suppe mache. Und wie mache ich eine Suppe? Ja, das wäre halt schon gut zu wissen, nicht wahr? Vielleicht habe ich schon probiert, einfach in den Ofen zu stecken. Aber eine Suppe braucht Wasser. Ich weiß nicht, ich bin kein Koch. Ich drehe einfach die Mikrowelle auf zwei Minuten und dann ist es fertig. Woher soll ich das wissen? Wenn ich in Minecraft eine Mikrowelle craften könnte, wäre das Essen überhaupt kein Problem. Da kannst du alles reinstecken. Ich glaube, diese Mission in diesem Part war nicht erfolgreich. Wir haben nicht die Kuh gefunden, aber wir haben Schweine getötet. Kann man das als erfolgreich bezeichnen? Oder als terroristische Aktion? Hallo, mein Freund. Du. Dich suche ich die ganze Zeit. Verzweifelt. Hier. Dreh dich im Kreis, mein Freund. Und tanze für mich. Den Tanz des Weizens. Kommt alle in mein Gemach. In meinen Zaun, meine ich. YouTube denkt immer an komische Sachen. Geh mal aus dem Weg. Mach Platz für die Kuh. Oh ja, komm her. Zuerst musst du den ganzen Weg laufen. Und dann musst du den ganzen Tag Liebe machen und mir Babys machen. Also nicht mir. Also indirekt mir. Und dann kann ich essen. Es tut mir leid. Wenn ihr intelligenter wärt, würdet ihr uns Menschen einsperren und essen. Planeter Kühe. Teil 1 bis... Keine Ahnung, wie viele Teile es da mittlerweile gibt. Komm mit. Fühlt sich dabei angesprochen. Na also. Oh, siehst du das Haus? Du bist schon nackt. Du bist schon bereit. Geh weg. Genau. Lass dich nicht davon abschrecken, dass ich mit dem Weizen andere Kollegen... Es ist nur ein kleiner Klaps auf dem Po. Du musst es so sehen. Nur ein kleiner Klaps. Es tut ihnen überhaupt nicht weh. Ich springe nur vor Freude. Komm jetzt. Schaff den Aufstieg. Exakt ein Mu. Hier, siehst du? Da ist eine Freundin. Oder dein Freund. Und du bist die Freundin. Ich weiß es nicht. Sucht euch drinnen aus, wer wer ist. Macht Rollenspiele. Es ist mir völlig egal. Es ist eure Privatsache. Jetzt kommt er wieder nicht rein, wenn ihr hier vorne herum steht. Komm her. Weg. Weg. Komm jetzt hier rein. Komm hier rein. Oh. Du. Ja. Oh. Das ging flott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Haha. Oh Gott. Eine Mission. Auch dieser Part wurde erfol- Also erfolgreich. Aber. Okay. Do it. Do it. And do it. Sweet. Sweet. McLovin. Ich hab da doch was gesehen. Erfolgreich gezüchtet. Wollt ihr ein bisschen Licht? Ich hab euch keine romantische Stimmung gegeben. Es tut mir sehr leid. Es tut mir sehr leid. Okay. Dann wachse. Ich warte hier. Soll ich dir Knochen-Mehl geben? Funktioniert das? Das wäre witzig. Okay. Es ist ein Dünger. Ja gut. Aber trotzdem. Tja. Der war gerade so fleißig. Du hast mein Ding kaputt gemacht. Es tut mir sehr leid, dass du das mit ansehen musstest. Es tut mir wirklich leid. Mach dir keine Sorgen. Du bist adoptiert. Ist das mein Haus oder dein Haus? Ich brauch keine Antwort auf diese Frage. Sie war... Oh. Drei Stück hast du mir gegeben. Fleißiges Bienchen. Ich hab genug zu messen. Oh. Hier kann ich auch noch. Ach so. Falsch. Okay. Oh Leder für Books. Oh Books. How do I make books? I forgot. I forgot. Fichtenholzbrett. Ne. Ne. Ich brauch Seiten zuerst. Seiten war mit. Oh shit. Ich hab zu wenig. Ich hab genug. Okay. Zuckerrohr. Das war doch. Papier. Drei. Sechs. Noch mehr. Zwölf. Okay. Lasst mich nur... Ich muss nur denken. Ich weiß, das ist anstrengend. Drei Seiten ist ein Buch. Nein. Oh Gott. Ne. So und Leder. Ein Buch. Ein Buch. Und ich brauche drei Bücher. Verdammt. Wir waren so knapp dran. YouTube. Wir waren so knapp dran für ein weiteres Regal. Wir waren so knapp dran. Papier, ich hab noch Zuckerrohr. Ich hab kein Leder. Leder. Ich hab mein Leder. Wir machen noch ein Bücherregal. YouTube. Zwei Aktionen. Ne. Einem Part. Das ist unglaublich. Haltet mich fest. Halt mir so an den Händen. Verdammt nochmal weiter. Das waren... Reichenholzbretter. Jesus Christ. War das ganz rundherum? Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapam. Ich glaube, ein Buch in der Mitte. Ein Buch? Ne, das waren die drei Bücher. Ja, ja, ja. Genau, wusste ich. Wusste ich. Bücherregal. I did it. I did it. Produktiv. Ohne Ende. So, das sieht doch schon mal jetzt besser aus. Ich könnte hier fast drei hinstellen. Drei genau über die Küche. Und hier noch ein Bild hin. Ich muss sagen, das war erfolgreich. Das sieht schon viel besser aus hier. Mich stört der Lärm. Wie soll ich denn hier nachts schlafen? Okay, ich muss unbedingt... Ne, da kann ich nicht schlafen. Ich muss das irgendwann ausbauen. Okay, bereiten wir uns noch auf die Reise vor. Und zwar... Muss ich nur wissen, was ich tue. What the hell? Was war das? Hey! What the... Du machst die Tür kaputt. Der macht die Tür kaputt. Ich flipp aus. Ich... Das... Boah... Bunga... Wo ist meine... Flasterstein? Oh no! Scheiße! Ich gebe zwei Schwerter. Wer hat hier an der Tür geklopft? Wo ist er? Du! Bist du bekloppt? Du wolltest meine Tür kaputt machen. Ich brauche einen Zaun ganz rundherum. Ich brauche einen Zaun ganz rundherum. Das wird mir jetzt so hektisch. Nein! Shit! Nein! Nein! Die Kühe! Oh mein Gott! Nicht! Gott, im Himmel! Ich... Ich schwöre! Beide hier! Beide hier! Oh no 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 no! Oh Gott! Nicht, 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 nicht! Ich habe das Ding drinnen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Stirb! Oh mein... Oh mein Gott! Ich... Ich flippe aus! Ich... Ich... Ich weiß nicht, was ich tue. Ich kann für nichts mehr garantieren. Ich bin auf 180! Ich bin auf 180! Ich bin auf 1000! Mach mich nicht wahnsinnig! Das geht mal! Mach mich nicht wahnsinnig! Mach mich nicht wahnsinnig! Wo sind die Kühe hin? Wartet, wartet... Oh mein Gott! Oh... Ich... Ich... Ich war noch nie so wütend! Mit diesem... Und ich habe kein Zauntor. Oh Gott, im Himmel! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was werden die mir so büßen? Das werden die mir so büßen! Oh Gott, was mache ich? Okay, folgende Situation! Äh... Weizen? Wo habe ich denn jetzt hinge... Habe ich alles verfüttert? Bin ich bekloppt? Oh mein Gott! Panik! Raus aus meinem Haus! Alles umsonst! Ich schwöre dir... Zum Weizen! Ab zum Weizen! Ich brauche nicht sicherer oben! Ich schwöre... Ein Samen! Ja damit! Tja, tausend Kollegen! Daneben Robin Hood! Okay... Wo sind die... Seid ihr noch hier? Wo ist die Kuh? Hier unten! Komm her! Beide! Hier! Hopp! Hopp! Noch einmal hopp! Lasst euch nicht von dem Zombie ärgern! Kommt her! Kommt her! Oh shit! Wo ist mein... Gut! Ha! 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 Halleluja! Halleluja! Okay. Und jetzt noch... Haben wir hier wieder zugemacht. Habe ich hier ein Glas verloren? Sweet Jesus Christ! Was habe ich gemacht? What the hell? Machen wir mal generell zu. Ja. Okay. Gut. Fensterscheibe, mein Freund. Ich hab'n Glas. Ich hab'n Glas. Okay. Ist mir jetzt Wurst? Ist mir jetzt Wurst? Ich hab'n zweites Bücherregal. Irgendwas musste davon weichen. Das ist aus designtechnischen Gründen absolut so gewollt. Damit es hier identisch ist, okay? Nein, hier eigentlich. Aber das tut nichts zur Sache. Ich finde auch so, für alles eine Entschuldigung. Okay, alles wieder gut? Ich mach' das schon noch zu. Oh, Mama Mia, du. Okay. Weg mit dir. Mit dir. Warum die Erde? Ich weiß es nicht. Okay. Wisst ihr was? Ich tu' mal alles hier rein. Irgendwann. such' ich mir einfach aus, was ich will, okay? Im Moment will ich mehr Zäune haben. Und dafür brauch' ich mehr Holz. Fichtenholzbretter. Und ich brauch' mehr Stöcke. Wunderbar. Möchte ich jetzt nur dazu möchte ich jetzt mal kurz hier erwähnen. Okay. Zack, 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 zack. Perfekt. Wie war der Zaun? Zack, zack. Und... zack, zack, zack. Oh, mein Gott. Zaun war nur der Stock. Jesus. Christ. Nimm. Nimm. Hier er kommt. Oh no. Aber das ist mir viel zu eng hier alles. Aber das mache ich im nächsten Part. Wir sehen uns dann wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und, äh, wenigstens ist es wieder Tag. Und wir können uns beruhigen. Und dann muss ich etwas vergrößern hier mit Erde. Okay. Ich komme nicht zu meinen Abenteuern. Es tut mir leid. Ich brauche eine Schaufel. Jesus Christ. Wir sehen uns im nächsten Part. Wieder danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.